Hallo und herzlich willkommen, mein Kanal ist Leider. Wir haben jetzt ein neues Moppen-Update. Ja, ein neues Moppen-Update von Jonas von Art 5. Die 6 neue Karten, auch eine limitierte Auflage dabei. Aber erst machen wir die anderen Karten tun wir jetzt rein. Also füllen wir ins Album rein. Die erste Karte ist Säme das Biest. 136 Große Schritte muss ich blättern. Hier ist die 131 32, 3, 34, 34, 35, 36 Hier kommt Säme das Biest. Die nächste Karte verhext Die nächste Karte ist Siegreiche Laveria 70. Da muss ich jetzt ein bisschen rumblättern. Hier ist die Nummer 74 mit Ultra Vikarella 63, 72, 71, 70. Da oben verliehen. Ich muss kurz ein Album rein tun. Und so sieht die aus. Ich hoffe, ich habe sie auch heute schon gesteckt. Nächste Karte ist Jestro. Den habe ich doppelt. Kann ich euch noch zeigen. Ist das hier? Ich frage mich, wo jetzt Ultra Jestro ist. Das haben wir falsch jetzt ins Album. Das ist andersrum, das hier. Das werde ich gleich tun, aber Jestro ist doppelt. Der ist andersrum. Oder? Neun Zwei Drei Vier Fünf Ja, der ist nur falsch rein, sondern so kommt der. Ja, so. Hm. Und nächste Karte Birnsi. Der fehlt mir. Nummer 64 Hier ist die 65 mit Verwirter Birnsi und die kommt dann hier hin. Und die letzte Karte, das ist Ultimative Macy. Ich muss mal ganz am Anfang, weil da meine Ultimative Ultimativen sind und da kommt Ultimative für mich sie hin, die LE5 Das war's auch mit dem Video und Tschüss.